Ich komme. Halt durch. Pornhammer FTB! Ja! Oh toll, das hätte ich sogar aufgenommen. Was? Ich dachte, das hätte ich jetzt zu gerne gesehen, wie du so einen Pornhammer gemacht hast. Was ist getroppt? Schon wieder Warrior Emblem. Und Pornhammer natürlich. Jetzt habe ich drei Stücke mit meinem Zahn. Welches ist das? Wenn du willst, kannst du den haben. Dangerous ist meiner. Massive. Uh ja, nehme ich gerne. Meiner war unverzaubert. Müsst du einen Verzauberten haben? Ich habe ja einen Verzauberten. Der ist zwar mal getroppt, der gleiche. Ah, okay. Wollen wir doch mal hochgehen? Ja, würde ich auch sagen. Mein Invental ist komplett voll. Meins auch. Das Gold muss man noch mitnehmen. Ich habe ein halbes Platten. Das Gold müssten wir noch mitnehmen dann. Das, was du getroppt hast. Wo bist du denn nochmal gestorben? Wir müssen nicht. Auf jeden Fall. Ich habe noch zwei. Geil. Was dann? Ähm, ich habe noch ein bisschen was. Ein Voodoo-Dolz. Nein. Doch. Noch zwei Stück im Invental. Nein. Ich sage, nein. Ich habe keinen Bock. Ich weiß doch. Gib her. Was? Gib her das Gold. Oh, okay. Ja. Ich habe etwas von sch магазin. Oh, es ist... Ich sehe mich noch mit. Das drühe. Ich nehme mich noch mit. Das drühe. Wir müssen drühe. Die drühe. Ich muss hier hinten rum. Es ist wieder weggefallen. Es kommt hier. Du bist, das rückwärts. Ich muss hier weg und zu der Doppel. Ich hab noch 19 Soul of Light Ich hab noch 19 Soul of Light Ich hab noch 19 Soul of Light Ich port mich hoch So So, komm Nein, nicht du! Die Druade soll weg Ich geh hoch Oh, ich hab 3 Platin Wie, Tiff Ich hab nur 43 Gold Scheiß umschmieden vom Schwert hat so viel gekostet Das könnte man eigentlich auch mit dem Buch machen Ne, das reicht mir, geht nicht mehr Ich brauch noch 19 Soul of Light Hast du? Achter Ich geh jetzt runter Ich brauch erstmal Muni Ja, soll ich auch sagen Ich mach noch einmal Ich tue währenddessen mal ein bisschen Quick Stacken Echt? Oh, ich hab... Ach du Scheiße... Ich glaube, ich muss demnächst nochmal paar Healpots farmen... Oder machen... Aber die farmen uns Picks getast und machen uns Dings... Was ist das? Da könnte man eigentlich auch hinschauen, ja? Soll ich die anderen zwei Pornhammer verkaufen? Könntest du gerne machen. Äh, Emblem auch, oder? Nee, das kannst du mal da lassen. Nein! Nein! Was ist da wohl? Boah, ich hab gerade das... Links gedrückt. Depost all? Oder loot all? Yep, depost all. Nein, man braucht 30 Adamantit, oah! Ich hab noch einen, zwei, hier. Adamantit? Man braucht 30. Ich hab gerade mal 20. Ja, hier unten liegen noch zwei da in der Ecke. Noch was hier rein. Doch. Quickstack. Quickstack. Okay. Hier unten... Quickstack nicht. Ja, warte, dann verkaufe ich die Pornhammer, die drin sind. So. Wir haben jetzt 29 Soul of Night, 22... Ah, warte, hier noch! Ah, ein Double Hawk. Gut. Wir haben 10 und 9 Cursed Flames. Ja, du bekommst mal einen W-Sau. Und... Woah, 12 Wootepumpen? Und... ... Ja, blöd, dass man nicht alle auf einmal beschwören kann. Das wär's ja noch. Ähm... Weißt du wie viel... ... Kobalt wir haben? Über 100. Erze. Soll ich die verbauen? Verarbeiten? Ja, warte kurz. Wo... Wo können nochmal die... ... äh... ... Bücher rein? An die Bücherkiste. Hm... Crafting... ... Das, das, das brauche ich nicht mehr. Das auch nicht. Und, das ist noch Pixi das, gell? Soll. Hm. Geh mal auf Pixi-Jagd dann gleich. Und Schweine-Jagd. Was ist denn das? Cursed Balls! Hä? Okay, Ammo für dich. Wie? Was war? Cursed Balls. 13 Range Stämme. 17 Crit. Du brauchst 25 Muscat Bullets. Und dann Cursed Flames. Jo. Jo. Jo, dann gib mir mal die Cursed Flames. Ähm... Warte mal. Wie brauch ich denn? Ich brauch 30... ... in Spell Tom. Und 20 Soul of Night. Für... Cursed Flames. Ja. Und Flammewerfer kostet... Kupfer... ... 20... Iron... ... Illegale Gun Parts. 35 Cursed Flames. 20 Souls of Fright. Wo war das? Von Bosnien, gell? Das war glaub ich der Skeleton King. Äh, Skeleton Prime. Wirst du dir ein paar Bullets machen, oder was? Aus Cursed Flames? Ja. Bist du? Alter. Warte. Warte, warte. Da. Hahahaha. Ja, genau. Kickstack. Kickstack. So. Ich verarbeite mal die... ... ähm... ... ähm... ... ähm... ... ähm... ... ähm... ... ich stell mir ein paar Bullets auf, gell? Das ist das. Und dann noch Tierschuhe. Na komm. Was haben wir noch übrig? Ach, 20 Stück. Wieso brauch ich noch was? Äh, Cobalt Repeater, willst du den haben? Nö, gell? Cobalt Repeater, was soll das nochmal? Nein. Gott. Ähm, hier oben hat Baumaterial, ja. Naja, dann... Ja, warte kurz. So, ich hab jetzt 2.000 Schuss. Okay. Nein. Juhu. Ach, ne Quatsch, die kommt jetzt gerade hier unten hin. Ich seh scheiße aus damit. Ach, da ist so schlimm, das Ding hat's dann getan. Okay. Ja, jetzt hab ich 2.000 Schuss. Das sollte reichen. Dicke. So. Ich... Ah, perfekt. Ich verballer erstmal die Silver Bullets. Links war der Wald, oder? Äh, keine Ahnung. Und... Ach, komm ich schau hier rein. Geil. Ich gucke mal rechts lang. Längs! 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 Links nochmal ganz hinten hin Ganz hinten hin wegen Dings? Wegen Altären und wir haben ein ziemliches Problem Corruption ist da fast bei unserem Haus Ich weiß Sonnenblume Hast du gesagt? Oder einfach Hellwood anpflanzen Ja für Hellwood anpflanzen dort Ja, kann man auch machen Hau wohl die Worte Juhu! Zicky! Komm her Und wo ist so ein Schweinchen? Die kommen glaube ich nur tagsüber Und wieder zurück Die sind fast tot Oh Gott Woher haben wir denn? Erinnern Sie mich? Diese Pixies Die? Die schießen oder was? Ja nicht die schießen Die Pixie das drauf Nein Klar, das ist ein Schnatz Nein Die Feen Was soll denn die Feen? Ja Der schnatz sieht komplett anders aus Die leuchten nicht Oder der leuchtet nicht Da haben wir wohl einen Kenner Und? Die kennen nur Spaß Yeah Boah Ja Die 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 Aber was wollen wir denn machen als erstes? So einen guten Vorrat müssten wir mal haben. Ja, den Vorrat den müssen wir aber wieder mal offline machen. Wir sind zuerst glaube ich zu eintönig hierfür. Ja, weil so zwei Stunden nur zu farben und zu labern wären für langweilig. Da können wir uns vielleicht schon mal ranwagen an den ersten Boss irgendwann. Ich könnte hier mal gucken, vielleicht können wir ja schon mal machen. Schwein! Er weiß, dass es ein Einhorn ist, aber wegen den Geräuschen. Genau. Ich glaube du müsst mir helfen. Oh ne, ich hab... Ne, ich darf nur irgendwann mal zeigen, wer das verkauft hat mit den Mana-Dränken. Der Magier. Ah, ok. Von dem brauch ich ja noch was. Wie viele hast du denn schon verbraucht bitte? Hm... Fast nicht sechs. Oh, ich kann nur damit rum. Ja, ich weiß. Ich dachte du hast schon fast zwei sechs verbraucht. Nö, noch nicht. Ich bin gerade jetzt im zweiten Text. Aber Hello hält die Sonnenblume nicht auf. Nee. Blut ist ja auch nicht schlimm. Corruption ist schlimm. Ich geh mal zurück. Äh, scheiße. Ach, da oben ist der Spiegelöl schon da. Oh nein. Oh nein. Ah! Nooo. So. Warte mal. Ähm... Schau. Das war ganz lustig. Hab ich mir schon einige gekauft. Hm. Ähm... Was soll ich denn jetzt machen? PIXIDAS! Was kann man da machen? Ho-Holy Arrows! Hm. Ach so, ähm... Wo ist denn das? Was ging denn Holy Water? Was... Ist... 2% Hellload und 8% Corrupted? Ach Gott. Scheiße. Was braucht man eigentlich dafür? Wieviel Prozent Corrupted? Wieviel Prozent Corrupted? 8% Und 2% Hellload. Oh, Hellload Seed! Ja, Hellload Seed brauchen wir. Und, äh... 5... PIXIDASTS. Gib mal mal deinen PIXIDASTS her. Ich hab jetzt... Und die Hellloads haben. Ich hab da nur 8 geholt, gell. Ach... Na, darfst du doch weg, Mensch. Und noch... Die Samen. Ja, brauchst du noch mal mehr? Ja, kauf ich schon. Konnte man die nicht einfach so pflanzen? Ja, konnte man. Das versuchen wir. Äh, 11 Samen konnte ich mir grad mal kaufen. Für 2 Gold. Eins überteuert. Hm. So. Ja, genau. 20 Silber. So. Mal sehen, ob es klappt. Ein Hellload. Ach, jetzt hab ich keine Axt mehr dabei. Man. Ich glaub, ich geh gleich noch mal ein Wurm. Sömmchen jagen. Sömmchen jagen. Ah, cool. Juhu. Juhu. Corruptor. Geht sterben. Aber nur bis hier mach ich. Hm? Ja, genau. Du bist keines. Vielen Dank.